Kommt mit mir auf einen Urlaubstrip in den Odenwald. Auf geht's! Über die Wiese in den Wald reinfeuern. Wir haben die besten Ausflugstipps und pure Action. Wenn es uns da rausballert, da sind wir im Eimer. Da sind wir aber ganz im Eimer. Wir genießen gutes Essen und ganz viel Natur. Jetzt wird's steiler, Tobi. Achtung. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt Tobis Urlaubstrip. Der Odenwald hautnah. Da liegt er euch zu Füßen, Leute. Der Odenwald. Ist das nett? Unfassbar schön. Was ein Blick. Wir sind ganz oben auf dem neuen Trommturm bei Rimbach. 33 Meter über dem Waldboden. Und der Waldboden hier ist auch relativ hoch. Liegt nämlich auf einem Hügel. Deshalb ist der Blick so toll. Und dort unten, in all diesem Grün, liegen Abenteuer. Ruhige, ganz schnelle und natürlich leckere. Und die entdecken wir jetzt zusammen. Auf geht's! Auf geht's! Vielen Dank.